Musik Mein Name ist Sandra Brugle, ich bin diplomierte Chemologin. Das bedeutet, ich bin Gutachterin für Diamanten und Farbsteine. Durch einen sehr hohen Einfluss der Debers Company ist es nach wie vor so, dass die Diamantpreise extrem stabil sind. Der Diamant ist auf der einen Seite ein sehr emotionales Geschenk, das man an sich selber machen kann oder einem besonderen Menschen in seinem Leben. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine sehr gute Investition, da er eine hohe Werthaltigkeit besitzt. Der Wert eines Diamanten ist aus folgenden Gründen so stabil. Beim Diamantmarkt handelt es sich um einen sehr regulierten Markt. Es sind historisch wachsende Strukturen. Diamanten werden nur an ganz wenige Sideholder abgegeben. Dadurch kann ganz genau reguliert werden, welche Menge an Steinen in den Markt gelangt oder auch welche Qualität. Dadurch ist über die letzten Jahre der Diamantpreis sehr stabil gewesen. Keine andere Wertanlage können Sie tagtäglich bei sich tragen, zum Beispiel am Finger und rund um die Uhr bewundern und Freude dran haben. Der Diamant ist unter anderem auch so besonders, da es sich um ein absolut zeitloses Produkt handelt. Ein Diamant kommt nie aus der Mode, sodass er nicht nur einzelne Personen ein Leben lang begleitet, sondern auch von Generation zu Generation übergeben wird. Und im Falle, dass eine Fassung defekt sein sollte oder die Ringschiene etwas abgetragen, stellt das überhaupt gar kein Problem dar, da der Diamant jederzeit in eine andere Fassung eingearbeitet werden kann, ohne dass man der Gefahr läuft, dass er beschädigt wird, da es sich tatsächlich um den härtesten Stein überhaupt handelt. Sie sind auf der Suche nach einem Diamanten? Dann besuchen Sie doch einmal auf www.brugl.de unsere Diamant-Datenbank. Stellen Sie uns eine Anfrage oder vereinbaren Sie gerne einen persönlichen Termin in unseren Ladengeschäften in Essling oder Köln. Ich freue mich sehr auf Ihren Besuch.